Wegen Verlobungsring? Heile Ebaldwin im Dauergrinse-Modus Liebe kann so glücklich machen! Das weiß Heile Ebaldwin, 21, spätestens seit einigen Wochen. Das Model bekam nämlich Anfang Juli von seinem Partner Justin Bieber, 24, die entscheidende Frage gestellt und sagte Ja. Seitdem soll das Paar mit Hochdruck an den Vorbereitungen für die schon sehr bald bevorstehende Hochzeit arbeiten. Doch auch ohne die baldige kirchliche Zeremonie scheint die Nichte von Schauspielstar Alec Baldwin, 60, im Liebeshimmel zu schweben. Ihr Verlobungsring macht wohl zum Dauergrinser. Genau mit diesem Gesichtsausdruck wurde die Blondine nun in New York City abgelichtet. In einem engen, weißen Crobtop und einer lockeren, blau-grün karierten Heichweißstoffhose traf sich mit einer Freundin auf einen Kaffee und führte dabei ihren fetten Klunker mächtig stolz spazieren. Als sie den Paparazzo entdeckte, winkte sie ihn jedoch nicht wie eine lästige Fliege weg, sondern lächelte in die Kamera und faltete seelisch ihre Hände. Der Ring und die dadurch symbolisierte Liebe zu ihrem Liebsten könnten ein positiver Faktor im Leben der 21-Jährigen sein. Tatsächlich war das Fingerschmuckstück für noch nicht genug Beweis seiner Gefühle. Der Sorry-Interpret kaufte zusätzliche Verlobungsuhren für sich und seinen Schatz. Die Bling-Bling-Teile aus dem Hause Audemars Piguet sollen den Musiker satte 120.000 Euro gekostet haben. die Bling-Teile von Dastrukturen